Ich muss jetzt zuerst einmal schauen, ob sich meine Freundin schon angezogen hat, ja? Sie können das aber übersetzen. Kommt. Beatrice, bist du angezogen? Wir haben hier... Was hast du hier? Wir haben hier eine Konferenz. Wir haben hier ein Konferenz. Das ist ein Konferenz. Das ist mein Kabinett, in der ich will telefonen mit dem Herr Wladimir Kieselow. Okay? Danke. 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 Danke.